Die Verantwortung Alles Lob gebührte Allah, Herrn der Welten, dem in seiner ehrwürdigen Schrift sagt Wir haben das anvertraute Gut den Himmeln und der Erde und den Bergen angeboten, aber sie weigerten sich, es zu tragen. Sie scheuten sich davor, der Mensch trug es, gewiss, er ist sehr oft ungerecht und sehr oft törichtig. Ich bezeuge, dass es kein Guddah außer Allah ohne Teilhaber gibt und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbeten Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema Allah der Majestät ehrt den Menschen, indem er ihn mit seiner Hand erschaffte, ihm von seinem Geist eintauchte, einhauchte und ihm gegenüber die Engel die sich niederwerfen ließen und ihn gegenüber den anderen Geschöpfen mit vielen Eigenschaften bevorzugte wie etwa, dass der Mensch die Verantwortung und die schariatischen Verpflichtungen übernimmt so übernimmt jeder besonderer und vernünftiger Mensch die Verantwortung in einem Ausmaß, wie er zu leisten vermag. Zweifelsohne gilt die Verantwortung eher als Beauftragung und nicht nur als Ehrung und jeder, der die Verantwortung nur für Ehrung hält, fehlt zumeist in ihre Klauen und Folgen. Und wer sie aber als wahre Beauftragung betrachtet, dem wird von Allah die Majestätin belohnt. In diesem Hinsicht sagte der Prophet Allah, siegne ihn und schenke ihm wohl ihr Gehen zu Abdurrahman ibn Samra. O Abdurrahman, strebe nicht nach der Herrschaft, denn wenn du sie erfreust, ohne danach gestrebt hast zu haben, wirst du dabei geholfen. Und wenn du sie aber erfreust, nachdem du danach gestrebt hast, nimmst du dich auf sie. Es wurde auch von Abu Huhtar, möge Allah auf ihm wohlgefallen finden, überliefert, dass er zum Propheten Allah, siegne ihn und schenke ihm wohl ihr Gehen sagte, O Gesamter Allah, würdest du mich zu einem Herrscher nennen? Da schlug er mit seiner Hand meine Schulter und sagte, O Abu Huhtar, du bist schwach und die Herrschaft ist ein am vertrautes Gut und ist am Tag der Auferstehung, Schändlichkeit und Reue. Es sei denn, wer sie für wahre Beauftragung bzw. Verantwortung hält und dabei seine Verpflichtungen verrichtet. Die Verantwortung hat viele Formen, wie etwa die familiäre Verantwortung. Die Familie spielt eine große Rolle bei Stabilität und Zusammenhalt in der Gesellschaft, da sie als das Elementar Säule beim Aufbau der Gesellschaft und deren erste Verteidigungslinie gilt. Die Eltern sind vor Allah, die Majestätin, für Aufbau der Familie und deren Stabilität dadurch verantwortlich, ihr für Bepflichten bzw. Rechte zu halten. Der Islam verdeutlichte diese Bepflichten und Rechte und teilte sie unter allen Familienmitgliedern, indem der Prophet Allah, siegne ihn und schenke ihm wohl ihr Gehen sagte, Jeder von euch ist ein Hirte, und jeder von euch wird über diejenigen befragt werden, über die er wacht. Der Herrscher ist der Hirte seiner Untergebenen und wird über diejenigen befragt werden, über die er wacht. Der Mann ist der Hirte seiner Familie und wird über diejenigen befragt werden, über die er wacht. Die Frau ist ein Hirte über das Haus ihres Mannes und wird über das Befragt werden, worüber sie wacht. Und der Diener ist ein Hirte über das Eigentum seines Herrn und wird über das Befragt werden, worüber er wacht. Ein Mann ist ein Hirte über das Eigentum seines Vaters und wird über das Befragt werden, worüber er wacht. Demnach seid ihr alle Hirten und werdet über das Schutzbefohlenen und Dinge befragt werden, über die er wacht. So hängen Erfolg und Stabilität der Familie vom Bewahren der Rechte und Beflichte seitens aller Familienmitglieder, so wie dass man diese Rechte bzw. Beflichte nicht vernachlässigt. Die Verantwortung der Familienmitglieder ist indes hinsichtlich der Rechte und Beflichte gegenseitig integrativ und basiert auf dem gegenseitigen Respekt, in dem jedes Familienmitglied seine Beflichte treu erfüllt, denn jeder wird von Allah danach befragt werden. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen sagte, Allah wird jeden Hirten nach dem Fragen, über das er wacht, ob er es bewahrt oder verloren hat, bis Allah den Mann nach seiner Familie fragt. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm wohl Ergehen sagte auch, es genügt einem am Frevel, dass man das verliert, dass man versorgt. Die funktionale Verantwortung Die Verantwortung wird durch die wachsende Aufgabe, die jedem Beamten übertragen wird, vergrößert. Je größer der Verantwortungsbereich ist, desto spezifischer sind die Anforderungen, und zwar effizient, Kompetenz, Erfahrung, Ehrlichkeit und die Fähigkeit, die befürchten sie, diese Verantwortung und ihre Konsequenzen zu erfüllen. Jeder, der sich um die Angelegenheit der Menschen kümmert oder sich mit einer Funktion beauftragt ist, soll begreifen, dass er verpflichtet ist, seine Arbeit auf die beste Weise zu verrichten und Allah dabei zu fürchten. Er soll vielmehr erkennen, dass er sich mit öffentlichem Vermögen handelt, daher muss er sich vom Verboten in all seinen Formen fernhalten. Wir betonen auch, dass jeder Beamte auf jeder Ebene gleichgültig ist oder die Einzelheiten aller Aufgaben in seiner Verantwortung erfasst, auch wenn es sich um Kleinigkeiten handelt, denn es kann zu unerträglichem Schaden führen. Wir sollen alle erkennen, dass Vertrauen nicht bedeutet, nicht zu kontrollieren, und das Kontrollieren kein Misstrauen bedeutet. Jeder Beamte muss denn im Rahmen seiner Verantwortung den starken, treuen und effizienten Assistenten auswählen, denn wer jemanden in einer Gruppe wählt, wenn es in dieser Gruppe eine andere Person gibt, die für diese Aufgabe besser als den Gewählten ist, der verrät Allah seinen Gesandten, den Staat und die Verantwortung, die er übernimmt. Dann kommen wir zur sozialen Verantwortung. Der Islam stellte soziale allgemeine Regeln, durch die die Menschen ein sicheres und stabiles Leben haben, in dem die Liebe, der Respekt und die soziale Solidarität auf der Basis der Gleichheit aller Menschen herrscht, sodass die Gesellschaft zu einem Körper wird. Wer die Lage der Menschen heutzutage besinnt, entdeckt, dass es sich unter ihnen armen, der einen, der seinen Hunger nicht erfüllen kann, Kranken, der keine Medizin findet, Witwen, Weisen, Schwache, sowie diejenigen befinden, die keinen Ernährer haben. Zu den sozialen, schariatischen und nationalen Verpflichtungen gehört, die Interessen und Bedürfnisse solcher Menschen zu erfüllen. Vielmehr gilt das als kollektive Bepflicht, die wenn einer sie verrichtet, genügt es den anderen. Und wenn keiner sie verrichtet, begehen sie alle eine Sünde. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, sagte, An mich glaubt nicht derjenige, der satt schläft, während er weiß, dass sein Nachbar hungarisch ist. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, hob diese soziale Verantwortung hervor, indem er das Befriedigen der Menschenbedürfnisse für wichtiger als das sich zurückziehen in diesem Moschee hält. Abu Sa'id al-Khudriy, möge Allah auf ihm wohlgefallen finden, sagte, Als wir auf Reise mit dem Propheten Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen waren, kam ein Mann und erblickte rechts und links. Da sagte der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, Wer etwas mehr als das hat, was er braucht, soll es demjenigen geben, der nichts hat. Und wer Reisevorrat mehr als das hat, was er braucht, der soll es demjenigen geben, der keinen Reisevorrat hat. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, sagte auch, Die beliebtesten Menschen bei Allah, dem Hocherhabenen, sind diejenigen, die den Menschen am nützlichsten sind. Die beliebteste Tat ist die Freude, die du einem Muslim beibereitest, oder dass du ihm eine Bedrängnis erleichterst. Für ihn seine Schulden bezahlst oder seinen Hunger stellst. Einem Bruder mit der Erledigung seiner Angelegenheiten zu helfen, ist mir lieber, als sich in diese Moschee von Medina für einen ganzen Monat zurückzuziehen. Wer seinen Zorn bändigt, dessen Blöße wird Allah bedecken. Und wer seinen Zorn bändigt, wobei er ihm freien Lauf lassen kann, dessen Herz füllt Allah am Tage der Auferstehung mit Wohlvollen. Wer seinem Bruder Beistand leistet, bis dieser seine Angelegenheit erledigt, dann wird Allah an dem Tag festigen, an dem andere ins Hohlenfeuer hinab leiten. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihn wohl Ergehen bepflegte, seinen Gefährten beim Befriedigen der Menschen Bedürfnisse zu kontrollieren. Der Prophet fragte seine Gefährten, wer von euch fastet heute? Da erwiderte Abu Bakr, ich. Er fragte, wer von euch ist heute einem Trauerzug gefolgt? Da sagte Abu Bakr, ich. Er fragte weiter, wer hat heute ein Almosen gegeben? Da erwiderte Abu Bakr, ich. Dann fragte er, wer von euch hat einen Kranken besucht? Abu Bakr antwortete, ich. Da sagte er, wer auch immer dies alles tut, der wird ins Paradies gehen. Die nationale Verantwortung. Die Heimat hat Richter auf uns alle und wir haben eine große Verantwortung gegenüber ihr, um sie zu schützen und daran zu arbeiten, sie zu erhöhen und deren Fortschritt zu erzielen. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihn wohl Ergehen lehrte seinen Gefährten, dass die Opferung der Seele und des Vermögens aus Verteidigung der Heimat, Jihad auf dem Weg Allah ist. Allah der Erhabene sagt, Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allas Weg. Und so töten sie und werden getötet. Dies ist ein für ihn bindendes Versprechen, in Wahrheit, in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Zur nationalen Verantwortung gehört, das Arbeiten auf Erbauung des Staates, Erhöhung dessen Ranges, sowie dessen Fortschritts. Allah der Erhabene sagt, Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander. Er sagt auch, Und streitet nicht miteinander, sonst würdet ihr den Mut verlieren und eure Kraft würde vergehen und seid standhaft. Gewiss, Allah ist mit den Standhaften. Wir sollen auch begreifen, dass ein Tag kommen wird, an dem Allah zu allen sagt, Und stellt sie auf, denn sie werden befragt werden. Der Erhabene sagt auch, An jenem Tag werdet ihr vorgeführt, nichts von euch wird verborgen bleiben, egal ob es sich um eine kleine oder große Angelegenheit handelt. Der Erhabene sagt, Und mein lieber Sohn, gewiss, wer ist auch das Gewicht eines Simpfkorns und befindet sich in einem Felsen oder in den Himmeln oder in der Erde, bringt es Allah bei. Gewiss, Allah ist feinfühlig und allkundig. Alles Lob gebührt Allah in der Welt. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah ohne Teilhaber gibt und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbetenden Diener und Gesandter ist. Brüder im Islam, in wenigen Tagen empfangen wir den gesegneten Monat Sha'ban, in dem die Taten zu Allah im Burg gehoben werden. Daher beflegte der Prophet, in ihm viel zu fasten. Der Gesandte Allah, Allah segne ihn und schenke ihm wohl, er gehen, sagte, Dies ist ein Monat, an dem die Menschen achtlos vorbeigehen. Er liegt zwischen dem Monat Rajab und Ramadan und ist der Monat, in dem die Taten zum Herrn der Welt im Burg gehoben werden. Und ich bevollzuge es zu fasten, wenn meine Taten im Burg gehoben werden. Es wurde von Mutter der Gläubigen Aisha, möge Allah auf ihr Wohlgefallen finden, überliefert, dass sie sagte, Der Gesandte Allah, Allah segne ihn und schenke ihm wohl, er gehen, beflegte so lange zu fasten, dass wir sagten, er brechte sein Fasten nicht. Und er beflegte seinen Fasten so lange zu brechen, bis wir sagten, er fastet nicht. Ich sah den Gesandten Allah, Allah segne ihn und schenke ihm wohl, er gehen, keinen ganzen Monat fasten, außer Ramadan. Und ich sah ihn, in keinem anderen Monat als im Sha'ban Fasten. Darüber hinaus zeichnet Allah den Monat Sha'ban mit einer gesegneten Nacht aus, in der Allah auf seinen anbeten Diener schaut und ihre Sünden vergibt, nämlich die Nacht zur Hälfte des Monats Sha'ban. Abu Musa al-Ash'ari, möge Allah auf ihn Wohlgefallen finden, überlieferte, dass der Gesandte Allah, Allah segne ihn und schenke ihm wohl, er gehen, sagte, Allah schaut in der Nacht zur Hälfte von Sha'ban auf all seine Geschöpfe. Er vergibt all seinen Geschöpfen, bis auf einen Politisten oder Streitenden. So sollen wir diese gesegneten Tage nützen, indem wir viele rechtsschaffende Taten verrichten, Gutes tun und uns Allah dem Majestäten ernähren. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm wohl, er gehen, sagte, Euer Herr hat Gaben, so nützt sie, auf dass jemand von euch eine Gabe erfreut und nie mehr unglücklich wird. O Allah, hilf uns, dass wir dir gedenken, dankbar sind und dich in bester Weise anbeten dienen. anbeten dienen. Vielen Dank.